Musik Das heißt attraktive Büroausstattung, bessere Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier am Hauptbahnhof. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Von der ganzen Erscheinung und Ausstattung ist uns extrem wichtig für unsere Meetings und Workshops optimale Konferenzräume zu haben. Wir sind hier in der Lounge von Ihrer neuen Fläche, sozusagen das Herzstück. Sie wollen kommunikativer sein, Sie wollen sozusagen das Team vernetzen. Das ist der zentrale Treffpunkt. Hier soll nicht nur intern sozusagen der Austausch stattfinden, auch hier sollen Ihre Kunden reinkommen, sollen sehen, wie Ihre Firma lebt und arbeitet. Genau, es wird sich wahrscheinlich so im Tagesverlauf verändern. Morgens, wenn die Mitarbeiter eintreffen, trifft man sich hier vielleicht auf den ersten Kaffee an der Theke. Wir haben hier die Möglichkeit, auch ein Notebook anzuschließen, sodass der E-Mail-Check beim ersten Kaffee hier auf dem Barhocker passieren kann. Im weiteren Verlauf des Tages werden sicherlich die Mandanten eintreffen. Wir haben hier im Lounge-Bereich die Parkposition. Ich denke, ein wichtiger Faktor der Arbeit von morgen wird die Flexibilität sein. Das heißt, für uns ist es besonders wichtig, den Mitarbeitern ein flexibles Arbeiten zu erlauben. Es beginnt damit, dass alle super ausgestattet sind, was Mobile Phones anbelangt, iPad gehört zum Standard, Notebooks, sodass man unterwegs bei Mandanten zu Hause arbeiten kann. Wir bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, auch im Homeoffice zu arbeiten, wenn die ganz ruhigen Arbeiten erforderlich sind und haben dann hier im Office die Infrastruktur, dass sie sich in kleinen Teams, in größeren Teams und natürlich mit unseren Mandanten zusammensetzen können und hier arbeiten. Auch ganz wichtig ist, um neue, gute Mitarbeiter zu bekommen. Denn wer hier ins Büro reinkommt, soll gleich spüren, dass er hier eine optimale Arbeitsumgebung vorfindet. Und bei den wissensintensiven Jobs haben wir anspruchsvolle junge Menschen, die besondere Anforderungen haben, denen man heute auch Rechnung tragen muss. Und wir glauben, dass wir mit diesem Office-Konzept und mit auch unserem Vergütungs- und Arbeitsmodell uns darauf eingestellt haben und damit auch sicherlich ein guter Arbeitgeber sind. Wir konzentrieren uns hier auf die Unterstützung flexibler Arbeit. Ja, Work-Life-Balance, ein wichtiges Thema auch insbesondere für junge Leute. Wir erlauben auch größere Auszeiten, um mal eine lange Reise machen zu können. Wir haben die Flexibilität im Arbeitsalltag, die Zeiten beliebig festzulegen, wie es halt für den eigenen Biorhythmus am besten passt und mit den Verpflichtungen, die man vielleicht noch hat, sodass dann das Privatleben und die Arbeit im Einklang ist.